moin herzlich willkommen hier zur nächsten ausgabe let's play ls 17 nordfriesische marsch vierfach map hier in der version wisst ihr schon 21 ohne gräben ich bin dabei hier oben schon mal auf gras feld 7 die rüben ernte anzustoßen wenn wir automatisch erledigen lassen denke mal ich war mal eben zwei vorgewendet eben selber nicht dass ich das nicht gerade samstag im live stream schon gemacht hätte vier meter und dann fangen wir mal an war hier ein bisschen am rand damit ich hier diese leichten versetze alle mitkriege wenn der voll ist dann besorge ich mir ein abfahrer dazu ja dass er mal schön alles zur zuckerfabrik fahren kann bei der nächsten ernte muss ich auf jeden fall mehr gerste ansehen ich habe kaum gerste angesehen ich könnte mir gleich noch ein kleines feldchen kaufen das ist aber nicht der rede wert aber das werde ich glaube ich noch machen ich glaube gerste im hofsilo habe ich auch nicht mehr viel gar nichts mehr weizen habe ich sowieso so viel misst solchen damit alles hin ich glaube ich muss da erst mal ein lkw losfahren lassen mit einem verkaufskurs mit mit weizen ich meine weizen ja sonst gar nicht gar nicht gespeichert wenn denn das feld bald erntereif ist die 45 das kann ja auch nicht mehr lange dauern oh man morgen kein live stream morgen am donnerstag habe ich keine keine zeit zu leider samstag auch nicht also das ganze wochenende wird es kein live stream geben nächste woche erst nächste woche freitag ich will jetzt auch im moment keine updates fürs transport pack oder fürs zwischenlager geben weil ich eben einfach gar keine zeit habe ich hoffe ihr habt da spaß mit verbesserungsvorschläge wünsche oder auch fehler die ihr findet gerne entweder unter das video schreiben nicht unter dieses sondern unter das vorstellungsvideo oder bei alice mod company in die kommentare zu dem download dann kann ich da versuchen was dann zu machen sonst wenn er es jetzt einfach unter irgendwelche anderen videos schreibt dann vergesse ich das und sehe das nachher nicht da fahren wir jetzt erst mal gegen den baum sehen dann zu dass wir hier das vorgewände einigermaßen hinkriegen davon machen wir zwei stück und dann versuche ich das mit dem helfer machen zu lassen wobei ich muss dann gleich erstmal einen abfahrer organisieren ich weiß dass da gleich ein bisschen was stehen bleiben wird das kann ich dann hinterher noch manuell ein einsammeln einsammeln ist jetzt eh voll so jetzt müssen wir uns erst mal einen abfahrer suchen den natürlich nicht den auch nicht auch nicht auch nicht den deutsch fahr könnte ich mir vorstellen der holt sich hier in so einem cargos raus bevor wir jetzt gleich dahin fahren wollen wir uns noch einen abfahrer da hole ich mir jetzt hier noch ein traktörchen hier hinten denn noch stehen an traktoren und ich nehme Klaas der kriegt natürlich auch einen cargos hinten dran ganz standesgemäß natürlich und dann dann kriegt er erstmal hier einen kurs wir sind am hof das heißt ich mache hier hof auf hofsilo brauerei ladung am startpunkt weizen und guck mal eben was die brauerei denn so braucht brauerei pass weizen 230.000 500.000 passen rein es fehlen also knapp 270.000 das sind also mindestens drei wagen ladungen von dem hier vor hier ist kein weizen mehr drin ok ist hier denn noch drin ja es ist hier noch drin ok also kurs löschen hof ups zu diesel nehmen wir den doch das kann man ja nie genug haben und da muss ich gleich mal gucken wo haben wir den ganzen weizen ach den haben wir oben am eierhof ne da müsste ich dann auch mal einen neuen kurs für einfahren das wir vom eierhof das hier her bringen und von hier aus dann verteilen wahrscheinlich könnte ich auch gleich noch machen erstmal muss ich aber hier bei gehen jetzt muss oben erstmal abtanken ist jetzt auch erstmal wichtig haben wir hier eigentlich noch was stehen haben wir noch was gekauft ne jetzt sind wir schon wieder bei vier millionen noch zwei millionen zweieinhalb millionen und wir können uns noch Feld 44 kaufen wie genial ist das denn wie genial ist das denn wo 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 Soll man ab und zu mal auf die Straße gucken, wenn man fährt? Ja, ne? Besser ist. Besser ist. Besser ist. Dann fahren wir da mal weiter. Dann fahren wir mal weiter ein paar Zuckerrüben. Was sagt denn der Feldstatus? Weizen. Weizen am Bahnhof kriegen wir am meisten. Ja, geht weiter. Okay. Soll das? Okay. 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 Das ist jetzt heute nicht so spannend, mir hier zuzugucken, zumindest während der ersten beiden Vorgewände nicht. Danach möchte ich eigentlich gerne, dass das einen Helfer macht, dann habe ich auch genug Platz zum Abtanken immer. Das ist jetzt schon mal. Ich will hier eine gerade Linie haben, deshalb fahre ich jetzt hier so quer durch. Gleich wieder voll und die Zeit ist um, na gut, alles klar, danke, danke, danke für die Abos, die Likes, die Kommentare, ja, über 800 Abonnenten, absolut abgefahren, bei 1000 Abonnenten gibt es einen 10 Stunden Livestream, den müsst ihr euch angucken, nein, den müsst ihr natürlich nicht, das ist natürlich alles freiwillig, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, ich bin voll und daher verabschiede ich mich in diesem Zusammenhang direkt mit euch und sage tschau.